Die Amerikaner haben jetzt gerade ein großes Inflationsreduktionsprogramm aufgelegt. Und das ist damit verbunden, dass ein dreistelliger Milliardenbetrag von Dollar an amerikanische Unternehmen als Subvention ausgezahlt wird. Verbunden damit, dass nur Unternehmen in den Genuss dieser Mittel kommen, amerikanische Güter produzieren. Was bedeutet, dass de facto die europäischen Unternehmen unsere Produkte nicht mehr in Amerika verkaufen können. Weil wir damit rechnen müssen, dass viele Unternehmen sich jetzt möglicherweise in die Vereinigten Staaten verlagern werden, um dort weiter produzieren und verkaufen zu können. Und um dort auch in den Genuss der niedrigeren Energiepreise zu kommen. Aber es ist ja auch nicht so, dass wir völlig wehrlos sind. Ich meine, es könnte ja sich Europa auch hinstellen und sagen, wenn die Amerikaner so unkooperativ sind, dann ist Europa leider nicht imstande, diese Sanktionen weiter mitzutragen. Nicht, dass sich Putin stützen will, ganz im Gegenteil. Aber ich finde, wir müssten das als Druckmittel einsetzen und den Amerikanern sagen, wenn die treulos uns gegenüber sind, dann können wir auch nicht mehr einen Schulterschluss mit der amerikanischen Politik machen.